So, wie ich gesagt, das ist wie ein Kissen, wie das Eric's Pad zu Hause. Stufe 1 Fußspitze auf dem Boden, Stufe 2 Fußspitze auf dem Boden, nicht vergessen. Legt in deinem Ruckenschmerzen, du musst immer aufpassen, wie weit du gehst nach vorne. Schön ausatmen. Du kannst auch fühlen, wie das zieht im Bauch. Und dann kannst du einschätzen, okay, würde ich meine Ruppenmuskulatur so belasten, so belasten oder so belasten. Das kannst du ja einschätzen, das kommt darauf an, wie lange die Ruppenmuskulatur mitmacht entgegen die Stärke, die Bauchmuskulatur. Bei dieser Ruppenmuskulatur, wir machen erstmal 10, das zweite Mal 4, das zweite Mal 4, das zweite Mal 4, das zweite Mal 1. Vielen Dank. Vielen Dank.